Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Duke Nukem Forever Crash Course. So, dann wollen wir uns das mal angucken. Ja? Das war das letzte Mal, dass ich Rollenspielchen gemacht hab. Duke, endlich bist du wach! Du hast ne Menge verpasst! Der Präsident sagt, du hättest die Aliens angegriffen! General Graves weiß, das ist Quatsch, aber er ist machtlos! Er kann dich nicht offiziell zum Hoover Dam schicken! Aber so ein Zufall! Genau da fliegen wir gerade hin! Festhalten! Das wird ein heißer Tanz! Da! Alienjäger, den Kopf einziehen! Oh, der hätte einen Lampen geschossen, ohne auf ihn zu zählen. Sehr gut, da Schütze. Scheiße, wir sind getroffen! Abspringen! Abspringen! Da! Das ist ja nichts, Sags. Wow! Na toll! Das gibt ein paar blaue Flecken. Ja, garantiert nicht, wir brauchen jeden Fall. Na, dann nehmen wir erstmal das Maschinengewehr. Das ist immer eine gute Waffe zum Anfang. Das ist ja ein Ding. Von hier aus kann man meinen Schwanz sehen. Äh, was? Wo? Na, so da ist es. Geht's nicht so lang. Klasse. Äh, auch nichts. Ah, hier. Ein bisschen Tentakel. Was soll er? Bastard. Langsam vortastend auf den... ...geist wohl weg. Hey, geschafft. Okay, jetzt hier auf diese Tentakel. Okay, jetzt hier. ...geist wohl weg. Und, ja, das ist so. Dass wir nicht. Also, wie war das? ...geist wohl weg. Das ist so. Und, ja. Das ist auch nicht. Wir hoffen, dass ich richtig liege. Wie zur Hölle. Oh, dankeschön. Na, klasse. Dann eben nochmal. Gut, dass er hier gespeichert hat. Immer noch. Schade. Hören wir mal hier drauf. Ich seh da nichts. Ich muss doch hier landen. Äh. Dann bin ich hier. Klasse. Wie soll's hier weitergehen? Ich hab da gerade wohl schon mal auf einen geschossen. Ich scheinbar brauchen wir mehr oder Schüsse. Klasse. Was? Was? Wow. Ja, umzuschweben. Hm, dankeschön. Was haben wir denn hier? Frisbee. Dafür gibt's Ego. Ich vielleicht auch noch für mich. Äh, dafür krieg ich natürlich wieder nichts. Klasse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mir jetzt nicht gefallen wird. Zack. 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 Ich muss mich hier. Oh. Soweit hab ich's schon geschafft. Was ist das? Verdammt. Nicht alle erwischt. Es. Das. Untertitelung des ZDF, 2020 Nachladen, Energie, hallo? Oh, da kommen noch mehr. Oh, da kommen noch mehr. Was ist das? Was ist das? Aus für den Geben ist seliger, aus für den Nehmen. Oh, das ist die Stilzart. Das hat überlebt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich höre auch da wieder irgendwelche Grusengeräusche. Ah, der Devastator. So macht es gleich der Wind Spaß. Auf Wiedersehen. 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 Der gefällt mir irgendwie. Als ich versprochen habe, dich als Letzten zu töten, war das gelogen. Was zum? Ich hasse Glück-Time-Event. Stirb! Der mit der Bluterei auf weich rein ist. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Gott sei Dank! Das wäre geschafft. Wenigst geht da schneller, als ich will eine Level bei Doom 3. Oh Gott. Ein Traum. So, das war's dann der beste Mal wieder für heute. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Duke Nukem!